Ich hab auch 10 Sternen, ich könnte mal und so... Einfordern... Oje, Laternenparcours, das klingt schon wieder... Einfordern... 12 Sterne, dann hab ich seit 8 komplett durch... Läuft, läuft... Ja, ich kenn niemand nicht... Mir hat das Bild gefallen, deswegen hab ich da einfach gleich ein Herz gegeben... Ich denk da irgendwie sofort an, balancieren auf Lichterketten oder so... Das magst du doch... Ja, ist näher... Alter... Geht leider keine XP, schade... Ja... 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 bei der lampe machen vielleicht level skippen das wollen wir gar nichts okay das war mal ordentlich weg katapultiert ich bin da stehen geblieben ich bin da stehen geblieben ich hab das ding nicht berührt ich auch nicht und ich habe überlebt alter ich war doch dran ja geht wieder in die hose weil er keinen speed drauf hatte der idiot kannst du jetzt mal bitte dich hier hoch machen wir es halt so nein ich dachte da kann man hin anscheinend nicht da gott mich mal wieder eiskalt runter geschubst mit abwarten hast du es nicht oder wenn du respotst du musst gleich immer los rennen egal ob andere da stehen und warten ich hab dich doch nicht gesehen ja weil du einfach gleich los sprintest anstatt zu warten auf leger ich glaube ich kann Kurze Alter Nein Der Sprux nervt hier gerade gewaltig Ich pack den gar nicht mehr, bin ich gestorben? Der nervt gewaltig Bis next Oh Oh Das war viel zu weit Oh 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 Wow 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 Oh Ah, komm! wohin ich darüber auf dem zwerg jetzt nicht muss aber gehen oder ganz darüber ich versuche einfach mal viel zu keine chance darüber eine sichtbehinderung immer ich habe schon den dünneren charakter das ist egal wenn du in mir stehst das ist trotzdem eine sichtbehinderung hey daco wie bist du da bist du gekommen nein zu weit ernsthaft hier oben nein zu niedrig ich verarschen ja als ob der das wieder schafft anja witzig der allererste tiktok kommentar zu deinem hochgeladen im video war hast du ein boter oder dachte du soll ja wahrscheinlich ne so nicht ne so nicht ne so nicht ne so nicht aaa fast hätt's geklappt ne jaja erstmals september als Nein! Nicht links hin! Nicht. Trotz ausgelöst, Alter. Hin und her, trinkt hin und her. Bisschen tricksen halt, ne? Alter, ist das grell. Ja, erster. Erwählen jeder Map, das ist nichts Neues.